Ich bin schon sehr enttäuscht muss ich sagen, nach langem Warten ist Oma gestern endlich bei uns eingetroffen, das hat echt ganz schön lange gedauert, denn nach der Landung wurde Oma noch am Flughafen festgehalten, aber nicht wegen Mamas gefälschter Tasche, sondern weil sie einfach ihren Koffer nicht bekommen hat, die arme Frau, angeblich wäre kein Personal vorhanden gewesen um die Flugzeuge zu entladen, insgesamt 7 Flugzeuge sind gelandet und keiner hat seine scheiß Koffer bekommen, das ist doch nicht normal, so wie die Arbeiten würde ich gerne mal Urlaub machen, 3 Stunden hat sie dort vergebens gewartet, bis ihr endlich mal gesagt wurde, dass sie jetzt erst einmal nach Hause fahren und am Abend wieder kommen soll um ihren Koffer zu bekommen, Leute was hieß das dann für mich, genau, keine Schmeckis, das war eine Sauerei ich sag's euch, also musste ich mich in Geduld üben und warten bis der Schmecki Koffer hier reinrollt, sowas hasse ich ja wie die Pest, ich hab keine Geduld und das kann ich auch auf gar keinen Fall üben, ok könnte ich vielleicht schon, aber hab ich kein Bock zu, gefühlt 10 Stunden später war es dann endlich soweit, alle waren da, Mama, Papa, Oma und der heiß ersehnte Schmecki Koffer